Eines der Ergebnisse, die wir uns vorgenommen haben, also vor allem zu Null und einen Sieg, dann noch ein 2-0 dazu. Eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel auf jeden Fall. Ja, das erwartete Spiel. Ich denke, man hat gemerkt, dass es um viel geht. Vielleicht war das letzte Jahr noch ein bisschen im Hinterkopf. Hitzige Atmosphäre, wussten wir von vornherein. Immer wieder Provokationen. Ja, wir haben uns in gewisser Weise gut darauf eingelassen, dass uns das nicht beeinträchtigt hat. Von daher glaube ich, dass wir die Energie aus der Provokation gut umgemünzt haben und nicht dumm geworden sind. Dementsprechend haben wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Natürlich haben wir sehr gut gekämpft, sehr wachsende Leistungen gespielt. Was wir brauchten, sehr gut gemacht. Mit viel Disziplin, mit gutem Fußball auch. Und ja, das Ergebnis ist sehr gut. Natürlich für uns. Aber wir haben noch das Rückspiel in Leverkusen nächsten Donnerstag.